Moin Leute und herzlich Willkommen zurück zu 7Lights2Lay mit mir, den Karbin. Wir sind auf dem Weg zur Werkbank, aber Karbin hat Scheiße gebaut. Wir sind doch noch nicht fertig. Also die Stücke müssen wir wirklich noch ausbauen. Aber wir kommen hier eh nicht... Oh, 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 das ist aber ganz schön gefährlich, Karbin. Wir brauchen hier noch ein paar Sachen. Aber wir haben jetzt kein Baumaterial. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Na ja, na ja. Moment mal, wir haben doch Holz da. Warte mal, das machen wir noch kurz. Also wenn das hier fertig irgendwann mal ist, hier... Ne, das dauert mir hier zu lange. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Das muss ich das erstmal finden. Wo ist denn das denn? Warte jetzt, das? Ich glaube, das war das. Ich bin mir fast sicher, dass das das war. Kurz Zeit, ihr Dächtnis. Willkommen. Scheißt auf. Werden wir doch sehen. Entweder ist es das oder es ist es nicht. Frische Luft. Schon cool. Ist schon cool. Ein Messer. Das heißt, wir brauchen... Bäh, das nicht mehr. Das können wir später verschrotten. Und da kann die Farbe rin. Und dann das. Wenn wir so weit sind. Ey, endlich kann ich dir weg. Ich werde hier verrückt. Du kannst hochweg. Ich überlege gerade, ob das... Ne, warte mal. Der Bogen, der wird ja nur mit Plastik gemacht, glaube ich. Globig, ich bin mir nicht sicher. Ach, da war ja was. Und die Jute ist, die Werkbank ist genau neben der Höhle, wo der Bär drin ist. Hey! Hey! Für den Spaß. Oh, wie machen wir denn da? Hallo, Michi. Ich habe eine neue Axt. Kann ich die mal kurz an Ihnen testen? Ich bin bewusst gegen, wie scharf die ist. Joa? Testbestand. Grüne Axt ist scharf. Wie, Hull? Warte, deine Schwester? Mir, sorry. Das hat weh bei den Zuschauern. Ich habe aus Versehen seinen Schritt getroffen. Mit einer Axt. Die nicht mehr so ganz scharf aussieht, aber scharf ist. Ist ein Zombie gewesen, weil wir sie da noch vor sauen, ne? So. Da ist die Werkbank. Da ist die Werkbank. Da müssen wir hin. Die war doch da, oder? Robb. Da ist er. Alter, hier ist Ohrenmischer. Ich werde ja bekloppt. Äh. Das ist eine Werkbank, die nicht funktionierbar ist. Wo habe ich denn hier eine Werkbank gesehen? Die funktioniert. Ich habe mal eine gesehen, da bin mir ganz sicher. Und ich lobe, die ist irgendwo im Keller. Schönen guten Morgen. Wie geht's? Wie steht's? Und bitte nicht hauen. Das ist nicht entspannt. So. Da drinnen wird sie nicht sein, aber da ist irgendwie eine Dicke oben. Und dann dürften da auch noch welche drinnen sein. Ich hier eine Werkbank. Danke. Ey, da ist doch auch bestimmt was drinnen. Komm, wir gehen nochmal hoch gucken. Was soll denn da schief hin? Außer, dass wir in ihr Zimmer kriegeln. Ich habe keine Zuhause. Wir hatten hier letztes Mal geschneicht. Uah. Das nehmen wir mal da weg. So eine Fässer haben die blöde Angewohnheit, die explodieren. Und meistens denn, wenn man daneben steht. In irgendeinem Haus. Der kann doch bloß da sein oder da. Oder eins von da hinten. Hier gucken wir nach. Oh, Alter. Mega auch klar. Das war uncool. Das war. Uncool. Uncool. Ey, was ist denn heute hier los? Ich habe da was klingen gehört. Oh, nö. War eine Wunschidee. Ein Wunschdenken. Hallo, sieh da. Mister. Siehste. Die sind nett. Die antworten auch gleich. Bich. Und auf den Arsch. Anscheinend mag er das nicht. Ja, ob man da noch was machen kann als Zahnarzt. Obwohl, so schlecht sieht die Arne aus, oder? Ich glaube, da kann man da noch was machen. Das ist schlimmer, als das aussieht, Freundchen. Und da, 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 da. Entschuldigung, der Digger. Wackel. Oh, 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 oh. Ich bin voll drin. Komm, ich will mal bitte raus. Wir haben schon mal ein Level. Ich lobe. Alter. Habt ihr eben gesehen? Alter, ich bin hier erschrocken. Alter, ich gehe raus. Ich habe mir ein wenig erschrocken. Aber los, ein kleines bisschen. Ich konnte eben nicht einordnen, von wo es her kam. Entschuldigung. Ach da. Oh, oh. Die hält doch ein bisschen mehr aus, als ich gedacht habe. Habe ich gedacht. Ach, ist ja alles leer. Das ist doch. Da ist er. Ist hier noch einer drin. Auf Klo ist keiner. Hä, warum ist denn das denn mal gelootet? Ist ja merkwürdig. Da kloppt er ihn nach unten da. Komm, wir gehen mal gucken. Muss mal repariert werden. Schönen guten Tag. Mieterversammlung. Äh, Kontrolle. Mieterversammlung. Sie haben hier ein Problem mit Ungeziefer. Und Bäume. Säge. Muss ich mal mit einem Vermieter sprechen. Mit einem Fabrieter. Ui, 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 ui. Der ist wach. Schau. Scheint der Mann in Haus zu sein, der auf den Tisch haut. So, hier. Oh, Alter. Ich habe gedacht, das ist so ein fetter. Ist eine fetter Setzbank. Hm, das könnte sein, dass hier die Couch drin war. Und ich glaube mal, ja. Ui, 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 ui. Unentspannt. 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 Unentspannte Verhalten, Freundchen. Auf den Arsch. Oh, oh. Das sind doch eins wie mir. Genau. Hause. Die war böse. Oh, Alter. Ich kann mir vorstellen, dass das eben nicht gesund war. Ich glaube, wir sollten doch mal kurz hoch gehen. Oh, oh. In den Kopf. Für den Empfang. Hey, ich hatte ja noch mein Feier wieder. Madame. Die ist auf dem Fall. Die hat den schon wieder kaputt gemacht. Die kosten noch Metall, Leute. Hä? Okay, hier ist ein Tresor. Und kein... Ihr wisst schon. Doch, keine Bergbank. Aber ein Tresor. Und der ist noch zu. Und? Habt ihr nur Zeit? Jut, das braucht seine Zeit. Oh, ich geh mal in die Deckung. Dann ist es ein bisschen leiser. Und bitte lass eine AK oder irgendwas vernünftiger drin sein. Oder Audition. 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 Also mit Stahlpfeilen sind wir ja fast gut bedient, wa? Komisch ist, dass manche respawnen tut. Und manche nicht. Ist wirklich eichelartig. Jut, hier war sie nicht drinne. Hm. Oh, ich ne. Äh, äh. Ich verstehe das immer noch nicht. Bei dem Klima holt sie doch was weg. Hier vielleicht. Weil hier sind wir ja kurz bloß vorhin und dann gleich wieder raus. Ah, nö. Ah, nö. Ah, Freundchen. Na? Wie geht's? Wie steht's? Wo hast du aber den Kopf? Und jetzt zwischen der Beine. Naja. Wir haben schon bessere Zeug gefunden. Nichts, nichts. Hier könnte was unter sein. Alter, dass die Platten so viel aushalten, das ist nicht normal. Man sollte mal so kicken. So, seht mal mit ihnen auch ein Winkel, ob da was an ihr rankommt. Ich werde dir ja noch nie beschreien, oder? Wollte ich gerade sagen. Schön. Danke. Danke. Alter, diese blöde Sau. Ungünstig. Böse. Keine Panik. Ach, ist ja schon ein bisschen leer. Böse. Böse. Sag mal, kriegen wir die mit dem Messer besser entkernt? Böse. Böse, 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 böse. So, jetzt hat er auch mitgekriegt, dass er böse war. Na toll. Ist nicht das, was ich mir erhofft habe. Sag mal, aber wir hatten doch Bedung. Ich glaube, wir hatten Bedung. Ein bisschen Bedung. Ist ja arschig kalt hier. Ey, das ist wirklich arschig kalt. Wir sollten mal so langsam machen, dass wir da ins wärmere Gefildel kommen. Weil das hat schon Rot angezeigt. Das hat schon was zu sagen. Das ist nicht gut. So. Ob da unten die Werkbank drinne war? Also. Ich weiß das nicht. Ich weiß das nicht. Ich weiß das nicht. Hm. Auf jeden Fall ist da unten ein Bär. Das wissen wir. So. Ey, das ist ja... Die Tasche hatten wir letztes Mal aber nicht gefunden gehabt. Auf keinen Fall. Wie eine Ballerina. Wie eine Ballerina. Siehst du, der ist mit seiner Arbeit unzufrieden. Vielleicht, äh, fällt mir gerade das Villa so nebenbei so ein bisschen Uffreien tun. Wir haben immer noch keinen Bauhelm. Ey, gib mir deinen Helm. Ich staune wirklich. Also, ein Bauhelm ist immer bitte, was wir am schnellsten gefunden haben. Ey, 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 Freundchen. So nicht. Oh, da kommen ja noch welche. Guck mal, ich hab ne neue Axt. Das glaube ich nicht gut. Aber die Punkte sind gut. Die können ja schön nachschlagen. Muss ich ja mal sagen. Wegen der Tasche. Wir müssen runter. Das blöde ist, wenn der Bär jetzt an ihr rankommt, wir haben keine Chance. Der nimmt uns so weit von hart. Echt jetzt? Und so weit findest du, äh, in Versteck. Naja. Ich halte das immer noch für eine schlechte Idee, Carwin. So, hier durch und dann raus und dann sterben. Der Kacke ist schon wieder da. Äh, Mama. Äh, äh. Nisch mit nisch. Ich hab Urlaub. Bin doch nicht bescheuert. Wisst ihr, wie lange das gedauert hat, bis wir den letzten Mal platt hatten? So. Achso. Achso. Hier vielleicht? Ne, das sieht nicht nach Werbank aus. Hau mal gegen. Na? Ist der wirklich so dumm? Höchstwahrscheinlich ja. Er hat ja auch einen Pfeil im Kopf. So, ist da oben noch einer? Ui, 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 ui. Oh ja. Oh ja. Ist da einer? Oh, ein Juter-Zombie. Also. Wer nicht bei Zombies Jute gibt. Ups. Blöde. Puh. Ist die Schwester von wohin? Na toll. Nicht mehr Punkte. Nicht extra geschenkt. Ist ja eine volle Verarsche. So. Wandelt jetzt alle? Oder kommt da noch einer? Wenn ja, dann ist das unentspannt. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Okay. Da ist nichts. Deswegen sehe ich auch nichts. Wer schießt denn hier so schlecht? Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Mina, 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 mina. Ich habe eine Idee. Eine Idee. Und zwar ist der Bunker. Ist ein Litter. Michael Jackson oder was? Moonwalk. Das haben Sie gesehen. Der ist auf der Stelle gelaufen. So. Ich hätte ja nicht den Punkt. Ey, Tartoffeln. Tartoffeln, Tartoffeln. Die müssen wir da ja mitnehmen. Put da ist, detta. Das ist Essen, Leute. Meins, 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 meins. Alles meins. Aber sowas von. Es gibt Kartoffeln. Es gibt Kartoffelpüree heute. Kartoffeleinlauf. Nicht Auflaufeinlauf. Ich werde mich einfach darauf setzen. Denn ich bin ein ganz besonderer Mann, der mit den M-M-Essen kann. Hm. Hallo. Ich, ich, ich. Ist aber kein Hund. Ey, sag mal. Manchmal trifft er gut, manchmal nicht. Ja, und die Alte sieht uns, wiss ich, wie weit, oder wat? Tada. Hast du dir wohl gedacht, Fräulein? Gleich noch ein auf der Nase. Und dit is nischt. Nischt. Immer nur nischt. Ich wüsst, wir könnten hier runter. Dann würden wir aber eine Küche festhängen. Und nicht mehr rauskommen, falls wat ist. Und da unten is ayniet. Oh, ja. Sag mal, welchen Level haben wir denn jetzt? Zwei Level fehlen noch. Sag mal, können wir schon, äh... Äh, nö, da müssen wir das hochleveln und, äh, ich hätte hierhin die Punkte behalten. Erstmal. Ungefähr, bis wir, äh... Die Werkbank bauen können, Mensch. Die funktioniert. Ich würde gerne nicht von Branchen gestört werden. Die steht vor mir und ich triff sie nicht. Aber das sind jetzt auch immer mehr unterwegs, ne? Meins, meins, meins. Ich wollte gerade sagen, es ist in der Horde. Oder... Streiten die oben gerade hoch? Ich glaube, die sind auf dem Weg nach Berlin. Tada! Und auf den Sack. Alter, dass die sich nicht die Nase putzen können. Ist ja ekelhaft. Ekelhaft. E... Ekelhaft. Oh. Äh, das sollte ich mal lieber sein lassen. Das hat ja auch die ganze Zeit immer geglaubt. Ey, gib mal Zwillinge. Und so ein Ei hier. Nicht nur, weil sie gleich aussehen, sondern die machen auch die gleiche Bewegung. Krieg jetzt doppelte Punkte? Meins, meins, meins. Jetzt werden wir nicht mehr gestört. Das ist ja ein schönes Rad. Und der Blöde ist, wir müssen jetzt auch nur wegklappen und unten ist eine Tür. Aber naja. Sag mal, wir können nur Platz einsparen. So, und so ungefähr. Das wäre eigentlich ein guter Anfang für eine Basis. So, und das meint ich. Da ist nämlich noch ein Dings drunter. Äh, eine Eisentür. Tja. Leute, ich mach mich mal auf den Weg zurück. Äh, wir machen aber jetzt einen Cut, weil wir sind schon wieder bei 28 Minuten. Und wie gesagt, ich weiß nicht, wie das mit dem Mikrofon ist. Ich muss das erst mal nachgehen. Leute, wenn es ein bisschen Spaß gemacht hat, ne, lasst einen Daumen da. Schreibt ein bisschen was in die Tastaturen. Und ich hoffe, wir sehen uns in diesem Abel. Ich kann das nicht. Äh, Jüdi, bis dann. Ciao, ciao.